Rund und füllig muss er gewesen sein, der Thomas von Aquin. Es gibt da ein Gemälde, da sitzt er breit und fett in der Mitte, ja, und trägt einen heiligen Scheinchen. Also ich kenne das Bild. Die Augen verklärt zur Seite Sound. Gelehrte mit dicken Bärten rechts und links und die schreiben einfach mit. Ja, und zu seinen Füßen liegt dann noch einer. Den hat er wohl Kraft seiner Gedanken zu Fall gebracht. Seine Bücher waren auch fett, hat unwahrscheinlich viel geschrieben. Summa Theologica beispielsweise oder Summa Contra Gentiles. Summa, zu deutsch Summe? Alles sozusagen? Übersetzt in etwa Gesamtheit der Glaubenslehre alles gegen die Ungläubigen. Dabei hat Thomas sehr viel von Aristoteles übernommen. Aber der war doch ein Heide. Sicher, aber auch die Hochachtung vor der natürlichen Vernunft, die Aristoteles hatte, die hat er von Thomas übernommen. Nur, dass bei ihm noch die Weisheit der göttlichen Offenbarung dazu kommt. Und das ist kein Widerspruch? Dieser Thomas von Aquin war keiner, der nur ausgrenzt. Oh, kein Kirchendogmatiker. Nein! Ja, weiß nicht. Nach Thomas kann man die Widersprüche auf jeden Fall auflösen. Dazu hat er eine richtige Methode mit Argument und Gegenargument und das alles von allen Seiten gehört wird, also richtig schulmäßig. Also damals in der Schule war es bei uns anders. Du wurdest total abgebügelt, wenn du eine andere Meinung hattest. Der heilige Thomas von Aquin, der hat sogar vorgeschlagen, dass bei jeder Disputation, bevor man antwortet, erstmals das Argument des Gegners noch einmal mit eigenen Worten wiederholt wird. Und er muss fragen, ob er richtig wiedergegeben ist. Oh. Aktives Zuhören, also, ist ja nicht verkehrt. Sollte man generell wieder einführen.